Servus Leute, eigentlich haben wir Pelzer-Dialekt und das ist schon echt gelassen. Ich muss dir mal einen Schenkelklopfer noch erzählen. Und zwar, er fragt auf den Großmarkt oder auf den Markt, so wie es halt ist, der Wochenmarkt oder was weiß ich was, geht ich ein und ob es ein Gemüse stand und fragt, haben wir die da? Da sagt dann der Verkäufer, nein, die haben wir nicht, aber große Gühe, gell? Ich wünsche dir was, glaubt man's.